Mit Stil und Leichtigkeit auf die Laufstrecke, das Nike Printed Mylar Shirt macht richtig Lust aufs nächste Training an der frischen Luft, überzeugt aber auch im Fitnessstudio. Es sieht dank des tollen Musters nicht nur richtig gut aus, sondern gibt dir beim Sport auch ein locker luftiges Gefühl. Und nebenbei passt es auch prima zu den passenden Hosen der Kollektion. Natürlich verfügt dieses Shirt auch über das Dry Fit Material. Die feinen Funktionsfasern nehmen den Schweiß auf und transportieren ihn sofort nach außen weg. Somit ist für das Feuchtigkeitsmanagement gesorgt. Auch der sportlich-feminine Schnitt bewirkt einen angenehmen Tragekomfort und das elastische Material macht jede deiner Bewegungen optimal mit. Außerdem ist der Stoff mit einem hohen UV-Schutz ausgestattet, sodass du gut geschützt für eine längere Zeit draußen aktiv sein kannst. Mir persönlich gefallen sehr die kurz gehaltenen Ärmel und die Form des Ausschnitts. Das stylische, leichte und weiche Nike Printed Mylar Laufshirt kann beim Laufen, Fitnesstraining und im Alltag eingesetzt werden. Du bekommst es natürlich über deine Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com Wirklichkeit. 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 Vielen Dank.